In ziemlich genau einem Jahr erscheint das Spiel Test Drive Unlimited Solar Crown. Doch obwohl mittlerweile bereits zwei Trailer sowie ein Ankündigungsteaser erschienen sind, findet das Spiel in den großen Videospielmedien bisher noch nicht allzu viel Beachtung. Woran das liegt, warum ich glaube, dass das Spiel vor allem für viele RPG-Fans interessant ist und was Skyrim damit zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Mein Name ist Nostalion und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Zu Beginn wollen wir uns einmal anschauen, was der Markenkern der Test Drive Unlimited Reihe ist und was die Spiele so einzigartig macht. Neben einer bahnbrechenden Immersion und einer tollen Atmosphäre ist das Erfolgsgeheimnis der Spielreihe meiner Ansicht nach, dass es sich dabei eben nicht um reine Rennspiele, sondern gewissermaßen um eine Fusion aus Rennspiel und Rollenspiel handelt. Wie genau sich das im Spiel äußert, will ich euch anhand eines Vergleiches mit dem wohl berühmtesten Rollenspiel überhaupt zeigen, nämlich mit Skyrim. Zunächst haben beide Spiele eine Open World, mit der wir als Spieler völlig frei interagieren können. Des Weiteren gibt es in beiden Spielen sehr viele Möglichkeiten zur Charakterindividualisierung. Das geht von unserem Aussehen über die Kleidung bzw. Rüstung, die wir tragen, bis hin zu den Häusern, die wir kaufen. In beiden Spielen gibt es da ziemlich ähnliche Möglichkeiten. Sogar die Schönheitschirurgie aus Test Drive Unlimited 2 lässt sich in Skyrim wiederfinden, nämlich in Form einer zwielichtigen Frau, die dem Spieler anbietet, sein Gesicht zu verändern. Es verändern? Ich kann euer Gesicht neu machen, wenn ihr es wünscht. Weder das Schöne noch das widerlich Entstellte liegt jenseits meiner Fähigkeiten. Jedoch hören die Gemeinsamkeiten da nicht auf. Denn auch die Gilden aus Skyrim lassen sich gewissermaßen in Test Drive Unlimited Solar Crown wiederfinden. Und zwar können wir uns auch dort in zwei Clans, namentlich die Streets und die Sharps, hocharbeiten und ich vermute, auch wenn dazu bisher noch nicht allzu viel bekannt ist, dass uns dort möglicherweise spannende Questreihen erwarten. Auch einfache Quests gibt es in Test Drive Unlimited, nämlich in Form von sogenannten Sofortherausforderungen. Während wir in Skyrim meistens in eine Höhle gehen und Personen XY töten müssen, müssen wir in Test Drive Unlimited zum Beispiel Personen von A nach B fahren. Zugegebenermaßen, was die Story betrifft, können die Test Drive Unlimited Spiele natürlich keineswegs mit Skyrim und anderen RPGs mithalten. Aber wer weiß, vielleicht überlegen sich die Entwickler ja für den neuen Teil der Reihe hier etwas ganz Besonderes. Wem also genau diese RPG Features gut gefallen und wer Rennspielen nicht komplett abgeneigt ist, der sollte der Reihe auf jeden Fall einmal eine Chance geben. Wie ich also gerade beschrieben habe, besteht der Markenkern der Test Drive Unlimited Reihe also genau in der Vermischung aus Rennspiel und Rollenspiel. Und genau da liegt meiner Meinung nach auch der Fehler, den die Entwickler bei der Vermarktung des Spiels machen. Sie machen nicht deutlich genug, dass es sich auch um ein RPG handelt. Denn es ist ja folgendermaßen, gute Rennspiele gibt es im Grunde wie Sand am Meer. Aber es gibt eben nur ein echtes Renn-RPG und das ist Test Drive Unlimited. Zugegebenermaßen, die beiden Trailer weisen sehr deutlich auf zum Beispiel die Charakterindividualisierung und die RPG-artigen Quests hin, aber ich fürchte, dass das alleine nicht reicht. In keiner Stellungnahme und in keinem Interview mit den Entwicklern fiel bisher meines Wissens nach das Wort RPG oder Rollenspiel. Ich halte es aber für extrem wichtig, dass genau das getan wird. Ich finde, man muss gewissermaßen proaktiv Schlagzeilen provozieren, wie das Skyrim der Rennspiele oder dieses Spiel vereint Renn- und Rollenspiel, um ein paar Beispiele zu nennen. Nicht nur würde dies die Einzigartigkeit dieses Franchises viel deutlicher und plakativer heraustragen, sondern es erschließen sich dem Spiel auch völlig neue Zielgruppen. Man erreicht natürlich deutlich mehr Leute, wenn man sowohl Rennspiel-Fans als auch Rollenspiel-Fans anspricht. Ich befürchte, dass bisher in erster Linie Leute auf das Spiel gehypt sind, die damals schon Test Drive Unlimited 1 oder 2 gespielt haben. Das reicht aber für einen bahnbrechenden Erfolg nicht aus. Man wird sehen, ob die Entwickler das vorhandene Potenzial ausschöpfen können oder nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich unter euch einen Rollenspiel-Fan für Test Drive Unlimited Solar Crown begeistern konnte oder möglicherweise auch einen Test Drive Unlimited-Fan für Skyrim. Schreibt mir außerdem gerne in die Kommentare, ob ihr meine Meinung zur Marketing-Strategie von der Con teilt und was ihr davon haltet. Wenn ihr mehr Videos zu den genannten Spielen sehen wollt, dann schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei und lasst gerne ein Abo da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!